Guten Morgen, ihr kennt ja alle meine Einstellungen zum Thema Youtube und ob Du Youtuber werden solltest. Siehe dazu auch mein Video oben in den Infokarten. Wenn Du den Wunsch hast andere Menschen in Deinen Augen positiv zu beeinflussen, kann ich Dir nur empfehlen noch heute einen Youtube Kanal zu starten und auch sonst im Rahmen der Offenheit Deiner Persönlichkeit in Relation zu anderen ist so ein Youtube Kanal definitiv zuträglich. Also ich finde es kann gar nicht genug Youtuber geben um die Welt besser zu machen und die Menschen zusammenrücken zu lassen. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern darum wenn Du die Entscheidung getroffen hast Youtuber zu werden, was Du aus meiner Sicht tun solltest und auch was Du nicht tun solltest. Das erste bevor Du Dein erstes Video veröffentlichst ist dass Du Dir wirklich mal bewusst machen solltest warum Du diesen Kanal eröffnen möchtest. Also was Du erreichen willst. Willst Du Dich einfach der Gesellschaft öffnen und damit Deine Offenheit Deine Persönlichkeiten manifestieren und sich einfach nur darstellen oder willst Du die Welt verbessern, möchtest Du eine Idee transportieren oder Geld verdienen oder was auch immer Du da machen willst. Das solltest Du Dir wirklich am Anfang ganz bewusst machen. Am besten noch aufschreiben. Das ist Dein Ziel warum Du das tust. Ganz bewusst. Vielleicht solltest Du auch Menschen kennenlernen mit Youtube ist ja auch möglich. Auf jeden Fall das muss man ganz klar fixiert sein. Diese Einstellung, ich mach einfach mal so ein Video bringt Dir meistens nicht wirklich was. Das ist zumindest meine Erfahrung von hunderten Kanälen die ich nach den ersten Videos inaktiv werden gesehen habe. Dieser erste Schritt ist wirklich ganz wichtig und ganz elementar. Warum tust Du das? Ganz bewusst entscheiden. Weil daran wirst Du Dich auch die ganze Zeit orientieren können. Denn Youtube ist ein sehr dynamisches Konstrukt wo Energien zwischen Menschen fließen, die durchaus auch mal starke Emotionen in Dir auslösen können. Und starke Emotionen sorgen immer dafür, dass man die Orientierung tendenziell so ein bisschen verliert. Daher genau am Anfang festlegen was man erreichen möchte und der zweite Schritt ist dann nachdem man das festgestellt hat, was man erreichen will erstmal so eine Grundoberfläche des Kanals zu generieren. Das bedeutet dass man oben so ein Bild einfügt als Banner, das ist wirklich wichtig, dass man da irgendwas hat, kann irgendein Foto sein, aber irgendwas da ist. Dann Links quasi die Links zu Facebook, Instagram oder eventuell sogar wenn ihr schon eine Homepage nicht habt. Einfach so ein bisschen Grundsubstanz hat, aha das Bild, das ist so das Gefühl was man hat für den Kanal und wo man ihn erreichen kann über Facebook oder sowas und eventuell sogar ein kleines Vorstellungsvideo wer man eigentlich ist und warum man den Kanal ins Leben gerufen hat. Alles sollte an diesem einem am Anfang festgelegten Ziel orientiert sein, denn nichts ist schlimmer wenn man etwas tut und nicht weiß warum man etwas tut, sondern diese auch nur weil alle anderen es tun, wie z.B. einen Youtube Kanal öffnen, achso tun sagt man natürlich nicht. Aber im Ernst, das ist eben auch die Bewusstheit zu der ich immer wieder animiere, macht nur die Dinge die ihr auch bewusst tun wollt. Ob ihr dazu überhaupt in der Lage seid, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, auch oben in den Infokarten. Das Tolle daran ist, mit dem Gedanken was euer Ziel ist habt ihr quasi schon die Video Grundidee für euren Kanaltrailer und gestaltet diesen Kanaltrailer möglichst kurz und prägnant, gerade wenn ihr jetzt mit Youtube anfangt. Wenn dieses Grundgerüst, also das Erscheinungsbild des Kanals steht, dann macht ihr euer erstes Video und ladet es hoch. Einer der größten Fehler die ich bei sehr vielen neuen Youtubern sehe ist, dass sie mit dem Posten eines Videos gleich das Gefühl haben, dass alle Welt sie hören möchte und dieses Gefühl, was an sich ja noch nicht negativ ist, weil es nur für sie ist, aber dann auch nach außen transportiert. Es gibt wenig was mehr unsympathischer macht, als wenn man mit 13 Abonnenten ein Video beginnt mit ich wurde oft gefragt oder es kam schon häufiger der Wunsch, auch ein Q&A macht überhaupt keinen Sinn wenn man will nicht Abonnenten hat, da man jede Frage in den Kommentaren schnell und einfach beantworten kann. Man kann natürlich ein Themenvideo machen ausgehend von einer Frage, aber man muss sich nicht hinstellen und die Fragen der Zuschauer beantworten, weil das kann man direkt tun. Durch so einen Habitus generiert man das Gefühl dass man sich als etwas Besonderes sieht und distanziert sich so ein bisschen von den Zuschauern und letztlich sind aber die Zuschauer bei Youtube das wo ihr eine Bindung haben wollt. Das ist ja das warum ihr das macht, ihr wollt ja ein Ziel erreichen oder ihr wollt euch von mir aus auch nur darstellen, aber es muss ja Leute geben die euch bejubeln. Das heißt ihr wollt ja irgendwo eine Bindung haben und wenn ihr z.B. die Kommentare nicht beantwortet und dann im Q&A mit 13 Abonnenten anfangen diese Fragen erst zu beantworten 5 Tage später, dann nehmt ihr nicht Bindung auf und das ist extrem wichtig, aber das ist auch alles nur meine Meinung. Wichtig ist auch dass ihr euch darüber bewusst seid, dass durch diese Bindung die ihr aufnimmt oder durch diesen Kontakt mit den Menschen, dass ihr direkt die Kommentare beantwortet, dass ihr auch die Menschen verändert, dass ihr sie anregt und das viel mehr tun könnt in dem ihr auch direkt auf sie eingeht und damit könnt ihr auch dann wieder was ich ja immer implizieren weil es von mir ausgeht, dass man mit seinem Youtube auch was erreichen möchte, dass man die Welt viel stärker ändert, wenn man die Menschen viel stärker ändert und die Menschen ändert man stärker indem man stärker mit ihnen interagiert. Also siehe auch dazu mein Video zum Schmetterlingseffekt auch oben in den Infocard. Nehmt euch also wirklich die Zeit meiner Meinung nach jeden Kommentar auch direkt zu beantworten, denn ein anderer Mensch hat sich ja auch die Zeit genommen euer Video anzuschauen und ja auch ein Fehler den ich häufig sehe das ist wenn man die Abonnentenzahl ausblendet, entweder direkt am Anfang weil man ja noch keine Abonnenten hat oder dann wenn die Abonnentenzahl stagniert. Aber gerade wenn man noch wenig Abonnenten hat ist dies oft sogar sehr interessant den Kanal zu abonnieren, z.B. für mich und von Anfang an dabei zu sein und zu schauen wie der sich entwickelt und auch generell wollt ihr wahrscheinlich eher Zuschauer die ernsthaft an euren Content interessiert sind und nicht Zuschauer die sich von den Abonnentenzahlen abschrecken oder ermutigen lassen. Auch wird wahrscheinlich keiner außer Euch ständig die Abonnentenzahlen checken und die Kanalentwicklung in irgendeiner Weise in der Bedeutung beimessen. Was wichtig ist im ersten Video einen halbwegs sauberen Ton zu produzieren. Das Bild ist nicht ganz so wichtig aber ein sehr schlechter Ton ist bei Youtube eigentlich ein No Go. Ich habe das selber an meinen Statistiken und deswegen sage ich das Euch meiner Videos gesehen. Videos mit schlechtem Ton werden ca. 70% weniger zu Ende geschaut wie Videos mit gutem Ton. Guter Ton bedeutet einfach dass man Euch gut hört, es geht nur darum dass ihr Euch nicht draußen in den Wind stellt und man ständig den Windpfeifen hört und überhaupt Probleme hat den Worten zu folgen oder irgendwelche laute Musik als Hintergrundmusik laufen lasst, weil ihr das auf anderen Kanälen so gesehen habt, also entweder direkt laufen lasst im Raum oder dann drüber legt in der Tonspur beim Produzieren. Also einfach ein klarer Ton. Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort wo wir dann zum nächsten Punkt kommen. Wenn Du nicht lächeln kannst, kannst Du nichts verkaufen. Und selbst wenn Du nur eine Idee transportieren möchtest, so ist das im weitesten Sinne ein Verkauf. Denn Du bekommst die Zeit der Zuschauer geschenkt und diese möchten dafür etwas haben. Man kann zwar auch ohne Lächeln etwas verkaufen, aber bei Weitem nicht so effektiv. Wenn Du aber partout nicht lächeln kannst, dann instrumentalisiere wenigstens das und nenne Deinen Kanal der böse Gnom oder so und nimm Dich da selber auf die Schippe und produziere da den Humor, weil komplett ohne positive Energie und Humor wird es sehr schwer etwas Positives auszulösen. Ich lasse jetzt mal irgendwelche Hater rummaul und Verschwörungskanäle außen vor. Das ist eine Clique sich selber runterziehen der Menschen die in einem negativen Strudel der Energie so vor sich hinvegetiert. Also wenn Du da Ambitionen hast Dich in diesen Gefüllten niederzulassen ist eigentlich egal was Du machst und da ist es sogar gewollt dass Du anderen Menschen die Zeit raubst damit sie sich noch schlechter fühlen und die Welt noch böser erscheint. Aber da kann ich wenig Tipps geben, das ist nicht mein Metier. Ein ganz wichtiger Tipp ist auch noch wenn Du mal nichts zu sagen hast, auch nichts sagen. Dann wirklich nichts sagen. Einfach kein Video machen. Nicht auf zwang ein Video machen und nur mein Video zu machen. Auch hier gilt es wie so oft im Leben, weniger ist manchmal mehr. Bei sehr vielen Videos wenn ich sie sehe, ja und heute ist wieder der Informationsdienstag oder heute ist der Rezepte Freitag oder was auch immer wenn man sich so in Plan gemacht hat und dann kommt irgendwas lieblos hingerotztes und Du merkst es mit jeder Phase Deines Körpers und ja das ist schon sehr negativ als Zuschauer. Dann ist natürlich auch die Frage wie bekommt man eigentlich die ersten Abonnenten. Wenn man bereits irgendwie im Internet, in einer Community ist oder auf Facebook präsent ist und da Freunde hat, sollte man erstmal über diese Kanäle alle Online Bekanntschaften darüber informieren. Bei mir waren es am Anfang so 40 Menschen die ich quasi aus dem Stand dazu bewegen konnte mich zu abonnieren. Das ist der zweitgrößte Faktor, dass man unter anderen Youtube Videos fortlaufend hochqualitativ kommentiert. So dass die Zuschauer anderer Kanäle auf einen aufmerksam werden, dass es dann überhaupt da ist. Bei der Kommentierung hilft natürlich wenn ihr auch einen prägnanten Kanalnamen habt und auch ein markantes Profilbild, was ja dann erscheint bei Eurem Kommentar und vermeidet es unbedingt aus Respekt auch von einem anderen Kanalbetreiber Euren Kanal zu erwähnen oder Videos die ihr eventuell zum Thema auf Eurem Kanal gepostet habt. Also sowas wie, oh ja interessantes Thema und dazu habe ich ja vorige Woche auch ein Video gemacht oder sowas. Seid einfach nur in der Rolle des interessierten Zuschauers und idealerweise seid ihr tatsächlich interessiert. Wenn ihr nur kommentiert um Abonnenten zu generieren für Euren Kanal ist das schon Arbeit und dann weiß ich nicht ob das so ideal ist. Also ich habe das wirklich nur dann gemacht, wenn mich etwas interessiert hat und ich habe das Glück dass mich sehr viel interessiert und ich dadurch auch sehr viel kommentieren kann. Aber wenn euch etwas nicht wirklich interessiert, dann lasst es da einfach, dann kommentiert lieber gar nicht. Und ganz interessant sind natürlich Kanäle die Überschneidung mit Eurem Kanal haben. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt Nazi seid, dann macht es total Sinn auch bei anderen Nazis zu posten und zu sagen, hier heil Hitler ich bin bei Euch auch mit dabei. Und genauso ist das mit Veganern oder Verschwörungstheoretikern. Immer dort in dem Segment ist es besonders produktiv zu posten und zu kommentieren wo die Zuschauer ähnlich ticken. Und gerade am Anfang sind auch gemeinsame Aktionen mit anderen YouTubern wichtig. Zum einen um andere YouTuber kennenzulernen und sich auszutauschen und umeinander helfen zu können und zum anderen auch direkt in einer Aktion die Zuschauer des einen Kanals auch mal die anderen Kanäle vorzustellen, die auch thematisch verwandt sind. Ich persönlich kann auch nur noch den abschließenden Tipp geben mit Freude und möglichst ohne Erwartung daran zu gehen, ein Ziel vor Augen zu haben was man erreichen möchte, seine Zeit dafür einzusetzen und dann in gewissen Zeitabständen auch zu schauen ob dieses Ziel einem selber immer noch wichtig ist und inwieweit Du das Ziel auch noch im Fokus hast auf Deinem YouTube Kanal oder ob sich das Ziel geändert hat oder ob sich das Ziel nicht geändert hat, Du dich aber geändert hast. Dann immer wieder aufpassen, immer wieder bewusst werden, was man tut und warum man es tut. Eine Sache ist auch noch die ich selber auch in letzter Zeit immer vermehrt ein Augenmerk drauf gerichtet habe. Wenn ihr ein Video produziert, dann nehmt Euch auch die Zeit den Kanalnamen, die Infobox und auch diese Wörter die ihr eingeben könnt, wo gesucht werden kann, Text nennt sich das glaube ich, dass ihr die wirklich gut ausfüllt. Weil da werdet ihr gefunden und das ist ja genau das Thema häufigerweise. Man macht Videos aber man wird nicht gefunden. Und das ist halt einfach schade zu, es kostet 5-10 Minuten da wirklich sich ein bisschen Zeit zu nehmen und die Wörter einzufügen, aber viele machen das trotzdem nicht. Also wäre noch ein Tipp von mir. Also das wäre das was ich bei einem Start eines YouTube Kanals mit Euch auf den Weg geben würde. Das wollte ich einfach mal in dem Video festhalten, weil ich dann zum Beispiel auch dieses Video immer wieder verlinken kann für diejenigen die einfach anfangen mit YouTube und ich sage hey klick da einfach mal das Video und dann weißt Du was ich davon halte. Ich bin ja selber auch immer noch relativ recht frisch bei YouTube in meinen 15-16 Monaten wo ich jetzt hier bin und vielleicht findet ihr dass man auf ganz andere Dinge achten solltet. Jeder hat ja so eine andere Sichtweise. Ich bin da total gespannt auf Eure Kommentare. Was würdet ihr neuen YouTubern empfehlen? Was wäre Euer goldener Tipp? Also dann machts gut Euer Christian, tschüss. 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 Tschüss.